Wir schreiben das Jahr 2028. In der Gesellschaft der Zukunft wieht ein eiskalter, asozialer Wind. Und sie mittendrin. Allein und alt. Arm und mittellos. Jahrgang 1954. Rentenloser Sondermüll. Auf der Straße herrscht das Gesetz der Kids. Hey, Oma, lass mal gucken, was du in der Tasche hast. Nein! Das ist ja gar nichts drin. Ich hab kein Geld, ich krieg nichts von mir. Aber von mir kriegst du was. Au, 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 au. Schon 1999 im blühenden Alter von Mitte 40 deutete sich an, dass sie einmal um ihre Rente betrogen werden würden. Hätten sie doch damals nur auf den privaten Altersvorsorgeplan von Herrn Kaiser gehört. Zu spät. Nun müssen sie im Auffanglager für mittellose Senioren in Nirvana in der Nahe bei Medizinballkegelabenden und Thrombose-Strombantelsträngen um ihr Überleben kämpfen. Ihre Pfleger kennen keine Gnade. Tantchen, wenn du noch einmal ins Bett machst, kommt der Onkel Doktor und setzt den Blasenkatheter ein. Ist das klar? Das tut weh. Doch in diesem Vorhof der Hölle treten aus dem Dämmerlicht des Lebensabends zwei zuckerkranke Insulinsufagetten an zu ihrer letzten Mission. Mit ihnen beginnt die Rache der Rentnerinnen. Sehen Sie einen packenden Science-Fiction-Thriller, gedreht nach einer wahren Begebenheit von Norbert Blümelein und Walter Verbiester, den Regisseuren, die bereits mit Geriatrik-Park für Aufsehen sorgten. Die Geschichte, wie aus zwei um ihre Rente betrogenen alten Vergatten krückenschwingende Kampfmaschinen wurden. Wir wollen unseren Beitrag wieder haben. Wie sie eine ganze Armee um sich schaden. Ich liebe die Rapp, die Renteaktionsfonds. Wie aus einer Idee blutiger Ernst wurde. Der Sozialminister ist in unseren Händen. Freilassung erst nach Entschiedigung aller beschissenen Beitragszahler. Klar? Wie sie die Macht an sich rissen. Dieser Radioschender ist besitzt. Schluss mit dem Technoscheiß hier. Jetzt wird mal wieder richtige Musik gemacht. Wir wollen, wir wollen, we wollen, we will love you. Wir wollen, wir wollen, we will love you. Wir wollen, we will, we will love you. Sing! Wir wollen, wir wollen, we will love you. Wir wollen, wir wollen, we will love you. Wir wollen, wir wollen bombayien. Wir wollen bombayien. Die Rache der Rentnerin, präsentiert von Stroganoff-Durken-Zeptin. Ein Film, bei dem die Altersklammene wackelt. Ein Film, bei dem keine Bittenlupe getroffen bleibt. Sehen Sie die Rache der Rentnerin, demnächst in Ihrer sozialen Marktwirtschaft. Ein Film, bei dem die Altersklamm.